Wir rufen einfach mal den DJ, ja? Ich mach das mal auf DJ-Art jetzt hier. Ich hab ihn gehört. So, ich ruf ihn nochmal an. Ja, okay, ich glaub wir fangen einfach mal ohne den DJ an, oder? Für jeden, macht keinen Sinn sonst. Ja, und weil er nicht da ist, ist der Song für den DJ. Warum will's wohl der Konschy auf an? Wie cool ist mit der Knochen was zu Hum? Wir gehen los mit dem Ganzen an. . Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020